Jetzt bin ich gespannt. Ich auch. Entweder verkacken wir sowas von, oder? Boah, das sieht richtig cool aus. Läuft aber gefühlt mit 10 FPS. Ach, bei dir auch, okay. Ja. Das ist ein Arena-Kampf. Ist aber ein NPC, glaube ich. Hoffe ich zumindest. Ja, das ist ein NPC. Was sagt ihr da bitte für ein Ding? Ich glaube, wir werden ablosen. Oh, shit. Ich glaube, wir werden ablosen. Wir haben nur 10 Minuten Zeit. Ich bin tot. Was ist mit deinem Loot? Warte, ich. Ich versuche dich zu reanimieren. Ist jetzt auch nicht tot. Oh, nee, der hängt an mir. Jo, danke. Kaffen wir nie, ey. Guck dir die an, die der hat. Ja, ich habe keine Pfeile mehr. Wieso greifen unsere Fäger die nicht an? Warum greift der nur mich an? Na, jetzt hat er mich anvisiert. Renn einfach weg, kannst du unsere Dinger den angreifen. Nein, der hat gleich mein Ding gekillt. Hier, soll ich nochmal meine Geheimwaffe zeigen? Ich habe sie gerade losgeschickt. Oh, mein Schaf. Der macht richtig viel Schaden, Alter. Ein Lammball. Ja, aber der ist richtig stark. Der hat so Spezialfähigkeiten. Der hält halt nur nichts aus. Ich kann eine Mega... Ich könnte eine Mega-Sphäre fangen. Äh, werfen. Ich glaube, den kannst du nicht fangen. Das wäre ja Diebstahl. Kannst du nicht wieder retten? Ja. Ich halte irgendwie nichts aus. Äh, ich habe auch mir ein Schild gemacht. Vorhin. Ah, okay. Danke. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Weiß ich jetzt, was ich jetzt mache? Wenn er zu meinem Flammenwerfer... Ah, hätte der nicht das denken können. Ähm... Ich schaffe mal nie, aber wir probieren es einfach, ja. Bis zum Ende. Wir haben schon fast die Hälfte und meine Waffe geht gleich kaputt. Oh, das stimmt. Hmö. Und dann kannst du mir auch ein Schild again. Bloßen Stahl. was das kann ich nur kloppen hier nicht mal das geht gleich der eine muss ihn angreifen andere rennt nur die ganze zeit weg je nachdem er anvisiert rennt er weg jetzt bin ich fallen gelassen jetzt bin ich gespannt das jetzt bin ich gespannt natürlich ist kalt immerhin kommen wir jetzt schnell reisen ich glaube das wird uns nicht helfen wir werden den trotzdem nicht kennen können was ist mein lud was ist ein lud vielleicht von nach meinem aus alter bogen nicht dass sie erst einer ich lege deine sachen ab ja ja ich sterbe gleich und ich gleich erfriere hast du nicht ne ah war das alles ja guck mal schnell ob ich eine fackel bauen kann ansonsten erfriere ich hier du bist aber deine facke werbt mich nicht das stimmt ja du hast doch kleidung gehabt ich hatte die gerade an die ist kaputt ich hab's an die ist kaputt was weil ich muss gleich die base wieder zurück ist alles kaputt werde ich jetzt auch tun aber da kann man wieder hingehen ein bisschen stärker vielleicht stärkere waffen stärkere monster haben ja er pflückt hier habe gefühlt nichts mehr was ganzes auch die ganzen slots anzintieren und alles tut die sachen anlegt pflege weil ich brauche noch was von schaf auf der hier vorne überall rum also ich habe die am startpunkt ungefähr muss ich weiter höhe guck mal die ganze zeit ich frau noch ein von dem scheiß lämmer mir überfall achte sind da oben wir kommen bei dir vorbei jetzt geht es aber ab hier ich sehe sie nicht oder am lager sind sie am lager ja da sind sie schon ein gut zu wissen und zurückgeschlagen worden ich habe nur eingetötet ab munition jetzt bräuchten wir noch eine waffe aber ganz ehrlich warte mal da können wir doch eigentlich zu den zu den anderen da hinten und die killen oder da wo wir vorhin neben dem turm quasi waren eigentlich gerade getötet haben und das war auch der erste angriff hier hinten ich würde sagen wir probieren einfach weil die waren auch stufe 3 arktische tracht vielleicht kann ich mir das ding bauen dann ist mir nicht andauernd kalt kann ich tatsächlich ich würde meine kleidung die ich gerade anhaben irgendeine kiste rein machen ich habe gerade eine kiste gemacht hier hinten dann lege ich die da rein die die ich gerade nicht benutze weil diese arktische tracht das kriegt danach als wäre es als würde es warm halten lässt sich kälte besser ertragen ja hast du die oder was ja ich mache die gerade warte ich kann die glaube ich stoff kraften so ganz kurz gucken drei stück wie viel brauche ich kraft die die dann kannst du die eigentlich hier rausnehmen oder warte noch eins danke bitteschön kleidung austauschen die hat auch mehr verteidigung und leben ist aber gleich so ich habe die mal reingelegt den gleiter lege ich auch da rein deswegen scheiße ansonsten erz habe ich noch das lege ich auch mit da rein pflanzen habe ich muss man schauen muss weil ich will noch diese heiße quelle machen wie macht man die dann helfe ich hier heiße quelle ja das brauchen die arbeiter und stechen ziehen erholung ich sehe es gar nicht ja auf b ja warum nicht auf in dem baum welchem ist es denn im infrastruktur mir fehlt also habe ich habe ich habe ich ja elf stück ja dann hier ich habe es abgeworfen im haus ich kann es nicht ich kann sich kann das gar nicht bei mir wird das noch gar nicht angezeigt wahrscheinlich weil es tun weil du es noch nicht freigeschaltet hast jetzt kann ich es weil erst noch holz ein bisschen holz habe ich auch noch 24 hatte ich werfe ok danke für die schön so fehlt uns eigentlich nicht mehr viele bären garten müssen einbauen was fehlt uns dafür so und bauen genau helft mal mit ist auch für euch ich habe bären waren soll ich noch besorgen bären garten bauen weil wir brauchen ja zwei oder ja ist eine mission und zu machen dann sammle ich jetzt nochmal holz und stein aber auch die animation sind cool gemacht stein brauche ich jetzt noch zwanzig stück oha was denn ach 3 ja ist er müde langsam ein bisschen aber werde auch nicht mehr lange machen wenn einkommen ja ja schnell um die nacht dann ich brauche 20 steine da kann ich so ein beet machen oh hier oben ist noch eine kiste goldmünzen pfeile ich brauche noch 14 steine das kann ich im beet bauen wo bist du hier neben dir guck mich mal an ja ich habe noch ein beet jetzt wo soll ich das hinbauen das haus ok ja hinter das haus wollte ich ja aus sind das haus ich brauche einfach in die ecke wo es nicht stört ist er ok hinter dem haus ist immer noch platz ich will gar nicht wissen wie viele lager man braucht wenn man also wie viele betten man braucht und man braucht ein ganzes haus voll mit betten damit man so eine massenproduktion starten kann für waffen und so ich sehe ich sehe ich krieg dafür expo diese also gesehen wie das eine pokémon das hier gießt ja es spuckt es einfach so an mit wasser voll lustig ich habe so eine bärenfalle jetzt entwickelt wie auch für menschen so lange wenn ich ja super ich rede nur selber dabei aussehen sehe ich jetzt schon der gegner kenne uns wahrscheinlich wir halbbaren brauche ich dafür jetzt machen wir eine schmiede oder was warte mal was braucht man jetzt noch damit dass sie weiterentwickelt primitiver hochofen da wären wir doch schon da wo wir hin müssen da kommen wir schon in die richtung ja da habe ich nicht genug technologie punkte warte mal technologie primitiver hochofen naja ich auch nicht wo sieht man denn wie viele punkte man hat achso unten links ja ne da brauche ich nicht auch welche für mal angriff ich glaube ich gebe jetzt erstmal lebenspunkte bisschen ich brauche mehr leben und ich würde den stream schon mal ja